Weil es auf den richtigen Ton ankommt. Weil Gemeinschaft Sicherheit bedeutet. Weil Fairplay unsere Stärke ist. Deshalb lernen wir bei der Volksbank Reif Eisenbank Niederschlesien-EG. Wir bilden Bankkaufleute mit einer Ausbildungsdauer von drei Jahren aus. Egal ob der Bewerber einen Mittelschulabschluss, Hochschulreife oder ein abgeschlossenes Studium vorweisen kann. Die Ausbildung hat in unserer Bank einen sehr hohen Stellenwert, da wir ausscheidende Mitarbeiter am liebsten durch eigenen Nachwuchs ersetzen wollen. Auch bei unseren Führungskräften setzen wir vorwiegend auf interne Bewerber, die sich bereits in unserem Hause beweisen konnten. Die Firma GSD Schoch investierte neue Maschinen und wir helfen ihr auf unbürokratischem Weg dabei. Vor einiger Zeit ist hier ein neuer Spielplatz entstanden. Denn Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb haben wir uns hier engagiert. Wichtige Bausubstanzen dokumentieren die Geschichte unserer Heimat. Uns ist der Erhalt dieser Denkmale wichtig. Ich habe mich für die Ausbildung als Bankkauffrau entschieden, weil ich gern mit Menschen zusammenarbeite, auch mit den verschiedenen Charakteren. Und weil ich interessiert bin an der wirtschaftlichen Lage und an dem wirtschaftlichen Geschehen. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich einfach den Umgang mit den Menschen mag, gerne mit Finanzen zu tun habe und schon während meiner Schulzeit ein Praktikum hergemacht habe bei der Bank und einfach gemerkt habe, dass das was für mich ist. Der Inhalt an der Ausbildung ist zum einen, dass man am Markt ist, die im Kundenverkehr die ganze Zeit ist. Man berät die Kunden, man hilft den Kunden und ab und zu ist man auch in den internen Abteilungen. Man lernt halt alles von der Bank kennen. Und das Interessante ist einfach, dass man jeden Tag mit verschiedenen Kunden zu tun hat und jeder Tag eine Herausforderung ist. Und das macht einfach Spaß. Der Inhalt der Ausbildung ist, unsere Kunden personengezogen zu beraten, individuell auch die Produkte vorzustellen den Kunden. Und das Spannende daran ist, den Kunden, also den verschiedenen Kunden, den verschiedenen Charakteren immer auf die einzugehen und immer das Passende für sie zu finden. Ich habe mich für die Volksbank Reifeisenbank in der Schlesien-EG entschieden, weil es für mich eine wunderbare Zukunftsperspektive bietet und ich wirklich an meiner Zukunft arbeiten möchte, sie ausbauen möchte und einfach nur ein unbesperrtes Leben führen möchte. Und das bietet mir die Volksbank Reifeisenbank. Nach der Ausbildung unterstützen wir natürlich unsere Auszubildenden auch weiter. Die berufliche Qualifizierung liegt uns sehr am Herzen. Wir investieren in jeden Mitarbeiter jährlich über 1.500 Euro in die berufliche Wartequalifizierung und stellen uns auch für die Industrie- und Handelskammer ehrenamtlich als Prüfer, sowohl für die Bankkaufleute als auch für die Bankfachwirte zur Verfügung. Wir haben heute das Weihnachtskonzert für unsere Mitglieder. Das veranstalten wir jedes Jahr. Also es kostet nichts, wir sammeln Spendenein für gemeinnützige Zwecke und das kommt direkt bei allen Kindergärten, was auch immer ausgewählt wird, zugute. Die Ausbildung in der Heimat ist für mich insofern wichtig, da man hier verwurzelt ist, die Familie ist hier, die Freunde von früher sind hier und außerdem hat man hier auch vielleicht Verpflichtungen im Verein oder so und die Heimat ist auch was Schönes hier und deswegen bin ich froh, dass ich hier meine Ausbildung machen kann. Dadurch, dass ich aus der Region auch komme und gern hier bleiben möchte, ist mir die Arbeit hier sehr wichtig und ich möchte auch auf jeden Fall hier gern bleiben. Wir sind hier die Bank!